Bonjour, hola und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in verschiedenen Sprachen. Wir fangen mit Deutsch, meiner Muttersprache an. Machen dann weiter mit Englisch, das hatte ich viele Jahre in der Schule. Dann machen wir weiter mit Spanisch, das hatte ich zwei Jahre in der Schule. Und dann kommen wir auf Französisch und Chinesisch, das kann ich gar nicht probieren, aber für dieses Video aus. Also bitte seid nicht zu hart mit mir. Ja, auch in Englisch, Spanisch bin ich jetzt natürlich keine Muttersprachlagerin, aber in Deutsch. Und auf Deutsch fangen wir jetzt an mit diesem Schwamm. Ich finde, dieser Sound ist ganz entspannt. Ich habe mir für jede Sprache andere Trüge überlegt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer diesen Plansch von mir hat. Das ist ganz entspannt. Okay, so now we're going to switch to English and I thought it would be a nice idea to do your makeup. I'm going to start with your mascara. Just let me apply it on your skin. Very nice. Now I'm going to apply some blush on your cheeks. Perfect. You look very stunning. Now you've got a little bit of makeup on your face. Okay. Moving on. I'm going to light this mascara. Lashes. Please look a little bit up. Plink, 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 plink. Very, very nice. And last but not least. La Belleau. This one tastes like cherry shine. It's really, really nice. Just put your lips together. Yes, like this. Okay, for the last one I need you to close your eyes. I'm going to apply you some, or give you some smoky eyes. Perfect. You can open your eyes. And we're moving on with the next language. Hello, 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 hello. This is a chocolate book. I'm talking about something in the chocolate book. I learned Spanish in my school for two years, but I don't speak Spanish. Very good. Just a little bit. And I study Spanish with your language. One year. At the moment. I love Spanish. It's a very beautiful language. I want to speak Spanish. Very good. A little Spanish language. I'm sorry. So, I'm sorry. But I can't speak Spanish with my English. But I can't speak English. So, I can speak Spanish well. Ich habe Spanisch zwei Jahre in der Schule gelernt und momentan lerne ich noch ein bisschen Spanisch, Montolingo, von der habt ihr vielleicht schon gehört. Mais difficile, mais hier ne wachsen, was? Je donne le milieu de moi. Also für die Leute, die gern Französisch können, so wie ich, ich habe gesagt, ich mache den Fußball auf dem Mikro und das Französisch, oder dass ich Französisch für eine Schwäbe Sprache halte und es nicht kann, weil mein Bestes gehört. I'm sorry, wenn das nicht genug ist. Ich wudre alle ab Paris. Ich würde gerne mal nach Paris fahren, das würde ich wirklich, ähm, einfach ab Paris sehen. Anderen Ich würde jetzt auch So, maybe we should do it again. Die roten Kapps sind sehr gut. Ich kann kein Kinnier suchen. I'm so sorry in advance, das war gleich so falsch. Das heißt, für alle, die auch kein Chinesisch können, oder Chinesisch, er mag alles die roten Kapps, also die schreibt es in die Kommentare. Die schreibt es, die Schältung von Kapps und Kapps. Ich kann die Kapps-Ferrechnung die Schilderung nicht mehr anschauen. Ich kann die Nrale Musik wiederholfen. Ich kann die Kappen als Kappen voranen. Zehn Punkte für Gryffindorff, wer jetzt versteht, was ich sagen möchte. Nee, wies, so, 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 so. Es war eine Frage an euch, wie viele Sprachen ihr denn so sprecht? Ich kann so richtig gerne drei Sprachen, Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Ich war jetzt in Englisch natürlich auch kein Muttersprachler, aber ich habe viele Jahre in der Schule gelernt und Spanisch eben nur zwei Jahre. Also kommentiert gerne mal, welche Sprachen ihr so könnt. Ich bin gespannt. Und ja, bitte, mach mich nicht voll fertig. Ich kann wirklich kein Französisch und kein Chinesisch. Und ja, Spanisch, Englisch werde ich jetzt auch kein, äh, ja, Überflieger. Meine Muttersprache ist einfach nur Deutsch. Jetzt heißt es au revoir, ähm, adios und, äh, tschüss und bye. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, falls ihr alles mit euch gerne follow da, falls ihr mir noch nicht folgt. Wenn ihr jetzt Bock habt auf zum Beispiel 30 Minuten, hast mehr, no talking, dann schaut gerne hier vorbei. Oder wenn ihr Bock auf ein, äh, Freezer-Rollplayer, schaut doch gerne mal hier vorbei. Entscheidet euch gut und bis zum nächsten Mal bei au revoir, adios, tschüss.